Heute baue ich für euch das LEGO Friends Polybag 30633, was in diesem Jahr erschienen ist und das habe ich mir gekauft wegen der coolen Eidechse, aber die werden wir gleich entdecken. Die Mini-Doll, die ihr hier in dem Set findet, heißt Lien und ist eine der neuen Charaktere aus der Friends-Welt und natürlich haben wir auch die kleine Eidechse, bei den Frozen-Sets habt ihr die im Blau gehabt und hier jetzt in einem schönen Orange. Musik Die haben die Mini-Bag dann auch schon aufgebaut. Eine sehr tolle Minifigur dabei und diese tolle Eidechse. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Musik Musik